Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle, sehr interessante Studie aus Intensive Care Medicine von Kenty Spahns und Mitarbeitern auch aus der Arbeitsgruppe von Esolay vor. Es geht um Wünsche, Ängste und Sorgen von Patienten mit einem hohen Sterberisiko auf Intensivstationen. Auf der Intensivstationen stellt die Kommunikation einfühlsam, klar und zeitnah für Patienten mit hohem Sterberisiko und ihre Angehörigen eines der Hauptelemente einer guten Behandlung dar. Die Betreuung von Patienten am Lebensende darf sich nicht nur auf die Bewältigung von Symptomen beschränken, sondern muss auch die Würde des Patienten wahren, seine Perspektive und seine Autonomie respektieren, in dem der Behandlungsplan an seine Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen angepasst wird. Bei denjenigen Patienten, die bei Bewusstsein und in der Lage sind, sich mitzuteilen, sollten Kliniker die Gelegenheit nicht verpassen, ihre Anliegen und Bedürfnisse zu erfragen. Ziel der vorliegenden Studie war es daher, eine Liste von Themen zu erstellen, die für kritisch kranke, bewusstseinsklarer Patienten mit hohem Sterberisiko von Bedeutung sind. In dieser französischen Studie wurden Patienten mit hohem Sterberisiko eingeschlossen. Es handelte sich dabei um Patienten, bei denen die behandelnden Ärzte das Risiko, innerhalb von drei Monaten zu sterben aufgrund der Abstimmung und Besprechungen in den Behandlungsteams und auf der Basis validierter Prognosescores SEPS II auf über 80% einschätzten. Die Patienten wurden als Beibewusstsein eingestuft, wenn sie in der Lage waren, sich selbst auszudrücken und aktiv mit dem Behandlungsteam zu interagieren. Insgesamt griff das Autorenteam bei der Erstellung der Themen auf fünf Quellen zurück. Literaturübersicht, Ärzte und Pflegekräfte auf Intensivstationen, die mindestens einen Artikel über die End of Life auf der ITS veröffentlicht haben, sechsmonatige Studie auf den Teilnehmenden ITS bei der Ärzte und Pflegekräfte alle Fragen und Anliegen von Patienten mit hohem Sterberisiko aufzeichneten, ausführliche qualitative Interviews mit Familien von Patienten mit hohem Sterberisiko und ausführliche qualitative Interviews mit Patienten mit hohem Sterberisiko. Ergebnisse Alle Themen wurden vollständig erfasst und die Daten wurden in eine einzige Datei exportiert. In einem sehr aufwendigen Prozess wurden schließlich aus den fünf unterschiedlichen Datenquellen Domänen und Unterdomänen erstellt und definiert, die in einer multidisziplinären Teamsitzung überprüft und konsentiert wurden. Es nahmen insgesamt elf Intensivstationen an der sechsmonatigen Studie Teil Quelle 3 ICU-Panels, zwei Intensivstationen nahmen an Quelle 4 Teil Familienbefragungen und fünf nahmen an Quelle 5 der Studie Teil Patientenbefragungen. Die Literaturauswertung umfasste 45 relevante Artikel. Es wurden im gesamten Analyseprozess 1.276 Items identifiziert, die in sieben Domänen und 41 Unterdomänen eingeteilt wurden. Nach der qualitativen Analyse ergaben sich 15 finale Fragen und Anliegen der betroffenen Patientinnen. Hierbei waren alle vorher definierten sieben Domänen weiterhin repräsentiert. Der Bereich Sorgen um nahestehende Personen wurde auf eine Frage reduziert. Die Wahrnehmung der Behandlungsqualität und des Symptommanagements wurde auf drei Fragen reduziert, die das Vertrauen in das Team, die Diskussion der Therapieziele und das Symptommanagement betreffen. Der Bereich spirituelle, religiöse und existentelle Sorgen wurden auf drei Fragen reduziert, die sich auf Bedauern, Sinn, Hoffnung und Vertrauen beziehen. Der Bereich Selbstsein war der Bereich mit den meisten Fragen, die sich auf die Angst vor Isolation, die Angst, eine Last zu sein, das Fehlen von Hoffnung und das Menschsein bezogen. Wohltuende Atmosphäre und Komfort blieb eine Frage, die das Bedürfnis nach tröstlichem Erleben abdeckt. Sterben und Tod wurden auf zwei Fragen reduziert, die emotionale und praktische Sorgen abdecken. Die letzte Frage, die Beschäftigung mit der Zeit nach dem Tod, wurde auf eine Frage ein Inhalt reduziert. Hier nun die sieben Domänen und die 41 Unterdomänen. Erstens Sorge um geliebte Personen, Kommunikation über Krankheit, generationsübergreifende Weitergabe, Wahrnehmung der Behandlungsqualität einslich schließlich des Symptommanagements, Schmerz- und Symptommanagement, Diagnose und Behandlung, vor allem Therapieziele, Prognose, verlassene Intensivstation des Krankenhauses, spirituelle, religiöse und existenzielle Aspekte, Bedauern, Verzweiflung, sinnlose Erfahrung, Ungerechtigkeit, Nicht-Akzeptanz, Hoffnung, Vertrauen, bedeutungsvolle Erfahrung, Akzeptanz und Vollendung, Verbundenheit. Die vierte Domäne, sich selbst sein, physische und psychische Integrität, Allgemeine Ängste, Abhängigkeit, Unzuländigkeit, das Gefühl, nutzlos zu sein, das Gefühl, eine Last zu sein, Müdigkeit, Vorausverfügung, sich isoliert fühlen, Würde, Unabhängigkeit, Kompetenz, sich nützlich fühlen, soziale Anerkennung, Mensch sein. Fünfte Domäne, Wohltuende Atmosphäre und Komfort. Und hier nur ein Aspekt, nämlich Wohltuende Atmosphäre und Komfort. Sterben und Tod. Den Tod kommen, spüren, Angst und Furcht vor dem Tod, Todeswunsch, Angst vor Verlassenheit, Sterbeprozess, der Sterbeort, Anliegen nach dem Tod, Sorge um geliebte Menschen nach dem Tod, Sorgen um Haustiere, finanzielle Sorgen, Planung der Beerdigung, Erbschaft und Nachlast. Und hier die 15 komprimierten Fragen, Themen, die Patienten mit einem hohen Sterberisiko beschäftigen. Erstens, ich mache mir Sorgen, dass meine Lieben wegen meiner Krankheit leiden werden. Zweitens, kann ich diesem Team und seiner Kompetenz vertrauen? Drittens, was kann ich von meinem Behandlungsthema erwarten? Können wir meine Therapieziele besprechen? Viertens, meine körperlichen und psychischen Symptome beschäftigen mich, auch während des Sterbens und des Todes. Fünftens, wenn ich über mein Leben nachdenke, empfinde ich Bedauern und habe das Gefühl, dass es ungerecht ist. Sechstens, ich habe das Gefühl, dass es einen Sinn hat, ich habe ein gutes Leben gelebt. Siebtens, ich brauche spirituellen, religiösen Glauben und oder Unterstützung sowie Hoffnung und Vertrauen. Achtens, ich habe Angst, mich isoliert zu fühlen, ich muss mich mit anderen verbunden fühlen. Neuntens, ich möchte nicht handlungsunfähig werden, von anderen abhängig sein und mich als Last fühlen. Zehntens, ich habe genug von all dem, ich habe keine Hoffnung, lasst mich in Ruhe. Elftens, ich bin eine Person, mir ist meine Würde wichtig, ich möchte kompetent bleiben und meine Entscheidungen sollen respektiert werden. Zwölftens, ich möchte in einer wohltuenden Umgebung sein und Zufriedenheit erleben. Dreizehntens, ich mache mir Gedanken über den bevorstehenden Tod und die damit verbundenen Empfindungen. Vierzehntens, wie werde ich sterben, was wird geschehen, wo werde ich sterben. Fünfzehntens, ich mache mir Gedanken über meine Angehörigen nach meinem Tod. Die Diskussion Diese exzellente Studie ist für unseren Behandlungsalltag von außerordentlicher Bedeutung und stellt für alle Behandlungsteams eine große Hilfe für die kommunikativen Prozesse und den Umgang mit kritisch kranken Patienten mit einem hohen Sterberisiko dar. Dabei ist vor allem der gewählte Multiquellenansatz unter methodischen Gesichtspunkten besonders hervorzuheben, da er das schwierige Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten unter Einbeziehung aller beteiligten Personen und Gruppen, Wissenschaftler, Behandlungsteams, Angehörige, Patienten durchleuchtet. Die Autoren weisen darauf hin, dass qualitative Forschung bei Patienten mit hohem Sterberisiko auf der Intensivstation kaum stattfindet. Erstens, weil in dieser Behandlungssituation viele dieser Patienten sediert und oder nicht befragungsfähig sind und daher an entsprechenden Studienprotokollen nicht teilnehmen können. Und zweitens, weil diese Interviews nur von geschulten Personen durchgeführt werden können, die in der Lage sind, diese heiklen Gespräche, Interviews zu führen, ohne die Patienten selbst zu belasten. In Situationen am Ende des Lebens ist das Selbstsein ein wichtiger Bereich, der verschiedene Anliegen umfasst. Isolation, das heißt der faktische Zustand von anderen und von zu Hause getrennt zu sein, ist für viele Intensivpatienten eine Realität und kann auch mit einem Gefühl der Einsamkeit einhergehen, das psychisch sehr belastend sein kann. Diese Einsamkeit umfasst soziale, emotionale und existenzielle Aspekte. Die Patienten haben ein dringendes Bedürfnis vor dem Tod, wichtige Dinge auszudrücken und Informationen an Angehörige weiterzugeben, einschließlich der Möglichkeit, sich zu verabschieden. Die Patienten haben auch die Sorge, dass ihre Krankheit und der Aufenthalt auf der Intensivstation zu einer Belastung für die Angehörigen wird. Die betroffenen Patienten haben eine große Angst, dass ihre sozialen und familiären Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Die Sorge um das Leiden der Angehörigen während des Sterbeprozesses, aber auch nach dem Tod sollte, auch wenn es schwierig erscheint, offen mit dem Patienten angesprochen werden. Diese Aspekte stehen auch im Zusammenhang mit dem Gefühl des Patienten, in Würde zu leben und als Person respektiert zu werden und bilden somit eine Brücke zwischen dem Selbstsein und der Bedeutung von Pflegequalität, Behandlungsqualität und Symptomkontrolle. Die Erörterung der Therapieziele mit dem Team, das Management, physische und psychische Symptome und die Berücksichtigung der eigenen Entscheidung sind in der Tat Grundpfeiler der Patientenerfahrung, die in allen Quellen der aktuellen Studie zu finden sind. Die Verbesserung der Kommunikation in Situationen am Lebensende ist von entscheidender Bedeutung, wobei personalisierte Strategien eingesetzt werden müssen, die die Patienten befähigen und ihnen Raum für die Äußerung von Emotionen und Wünschen sowie von Zweifeln und Bedauern geben. Die Erkundung der eigenen existenziellen und spirituellen Perspektiven des Patienten ist ein Bestandteil der Palliativversorgung. Die Ergebnisse zeigen, dass sich diese Perspektiven von einem Patienten zum anderen diametral unterscheiden. Auf der einen Seite das Gefühl der Ungerechtigkeit versus das Gefühl der Betroffenen, dass der Tod einen Sinn hat. Das Behandlungsteam sollte da auf keinen Fall voreingenommen sein, sondern Raum für Gespräche darüber zulassen, was der Patient mit hohem Sterberrisiko wirklich vom Team braucht, sowie Raum für die Suche nach seinen eigenen Antworten auf seine Fragen. Einige Patienten benötigen Bezugspunkte für den ablaufenden Prozess des Sterbens. Wie werde ich sterben? Auch diese Aspekte sollten unbedingt offen angesprochen werden. Dabei sollten die Patienten auch Wünsche äußern können, zum Beispiel zu Hause zu sterben. Dies gilt auch für die Sorge um die Zeit nach dem Tod, die bereits während des Abenteils auf der Intensivstation angesprochen werden sollte. Die Autorinnen schlagen vor, dass Ärzte und Behandlungsteams nicht zögern sollten, diese Gespräche zu initiieren, indem sie mit einer offenen Frage beenden, zum Beispiel, gibt es irgendwelche Bedenken, die sie äußern möchten, irgendwelche Sorgen, die sie teilen möchten. Und dann die Themenliste als Leitfaden für das Gespräch nutzen. Zusammenfassend handelt es sich um eine bemerkenswerte Arbeit, der in Ergebnissen wir unbedingt und konsequent im klinischen Alltag in der Kommunikation mit kritisch kranken Patienten mit einem hohen Sterberisiko zum Einsatz bringen sollten. Damit sollte es gelingen, die Lebensqualität am Ende des Lebens sowie die Qualität von Sterben und Tod zu verbessern. Ausführliche Ergebnisse und Informationen erhalten Sie in der aktuellen Publikation in Intensive Care Medicine.